Hallo zusammen. In diesem Video zeige ich euch die Quest die Wiederauferstehung der Tiriskarde anzunehmen bei mir will Teufelsturm in die Halle des Wächters. Die Ordenshalle des Magiers ist das. Auf der Ebene die Bibliothek des Wächters bin ich jetzt. Nehme ich die Quest gleich mal an. Dann darf ich hier mal ein bisschen zuhören. Es wird Zeit euren neuen Goblin Verbündeten im Kriegsraum zu treffen. Dort könnt ihr eure nächsten Schritte planen. Ich muss mich um persönliche Angelegenheiten kümmern. Nun darf ich mich hier hinbegeben, wie man sieht. Die Quest ist dann bei... der große Akazam Savak abzugeben, an folgender Position, befinde mich nun auf der Ebene der Halle des Wächters, hoffe ich konnte euch helfen, ciao!